Ich habe heute exklusiv vorab Lego City Undercover anspielen können. Ich habe gerade eine Mission gespielt, wo man mit Chase McCain auf einen Schrottplatz musste. Er wurde von seiner Freundin Natalia angerufen, die irgendwie in Gefahr geraten ist. Und natürlich als Chase McCain, mutiger Polizist, musste man ihr zur Hilfe eilen. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Das Neue an Lego City Undercover ist, dass man jetzt verschiedene Berufe hat. Man spielt ein und dieselbe Figur, aber diese Figur kann verschiedene Berufe, Verkleidung annehmen. Und jede Verkleidung bietet dann bestimmte Fähigkeiten. Und das Besondere ist dann auch, dass an jeder Straßenecke in Lego City irgendwo so eine Möglichkeit wartet. Teilweise mehrere, dass man zum Beispiel zuerst mit dem Räuber irgendwo eine Tür aufmachen muss. Und dann kommt man in den Hinterhof, dort hat man einen Blumenbottich, den muss man mit den Bauern dann wässern, um irgendwo hochzuklettern. Und irgendwann hat man dann neue Autos, neue Verkleidungen, neue Lego-Steine, mit denen man dann wieder irgendwelche Bauten errichten kann. Es ist unglaublich vielfältig, diese Spiele. Es macht so viel Spaß. Lego City Undercover basiert auf der Lego-Welt, auf Lego City. Und dennoch hat man unheimlich viele Anspielungen auf die Filmwelt, auf Titanic, wie das Pärchen am Bug steht. Und auf Krimiserien, Krimifilme zum Beispiel Starsky und Hutsch, die im Spiel auch auftauchen als Starsky und Klatsch. Man hat sogar Anspielungen auf verschiedene Nintendo-Themen oder Themenwelten. Dass man einen Mario-Stern findet oder verschiedene Mario-Figuren irgendwo im Spiel auftauchen. Oder man sie mit der Angel aus dem See herauszieht. Sehr, sehr witzig. Um sich in Lego City zu bewegen, muss man natürlich nicht zu Fuß gehen, sondern man kann wirklich eine unglaubliche Vielzahl an Fahrzeugen nutzen. Über 200 sollen es an der Zahl sein. Es sind vorwiegend natürlich Autos oder Motorräder, aber auch Hubschrauber, Boote. Man kann auf Pferden reiten oder auch auf Schweine in einer Mission. Eine Besonderheit bei Lego City Undercover ist, dass man das halt mit dem Gamepad steuert. Und eine Besonderheit am Gamepad ist, dass jeder Anruf, den man aus der Polizeizentrale hält, über das Gamepad ertönt. Das ist total cool, weil man wirklich dann, ich kriege einen Anruf. Und eine weitere Funktion ist, dass man im Spiel eine Fotofunktion erhält, um zum Beispiel auf die Golden Gatewishes zu klettern, einfach mal die Aussicht zu genießen, ein Foto zu machen und das dann mit seinen Freunden zu teilen. Total cool. Lass das Süßholz geraspeln. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond. Du... A置ier. Bist du wirklich über dem Weg mit? Ja, aber du, werest dann. Okay, das war's. Du hast dann gehört, wir wahrscheinlich in den Jay-Campen. Ich weiß nicht, aber du bist, wie du bist. Wir wählen. Ich habe meine Haarefge. Ich habe mich gleich noch nie. Ich habe mich auf. Ich habe mich besser. Ich habe meine Haarefge. Ich habe mich besser.